Squad ist ein taktischer First-Person-Shooter, der in möglichst realistischen Kriegsszenarien spielt. Squad möchte dabei eine Brücke zwischen einem Hardcore-Spiel wie Arma und einem Casual-Spiel wie Battlefield sein. Die Karten sind sehr groß, 2x2 und 2x3 Kilometer, um eine auch sehr realistische Spielerfahrung zu geben. Dabei gibt es natürlich Nahkampf-Szenarien wie Häuserkampf und natürlich auch Kämpfe auf großen Entfernungen. Squad ist trotz dessen sehr vielfältig und vereint viele verschiedene Spielmodis und gibt so einem auch persönlich viele verschiedene Spielmöglichkeiten. Durch verschiedene Infanterie-Einheiten, Squad Leader, Commander, Fahrzeug oder Helikopter oder nur einfach der Logifahrer, der Unterstützung bringt. Das Spiel ist natürlich vielseitiger als ich jetzt in dem kurzen Video erklären kann, aber ich möchte euch allen einfach nahe legen, das Spiel sich anzugucken. Wer auf Realismus und Teamplay steht, schaut doch gerne mein anderes YouTube-Video an, wo ich meinen Anfänger-Guide gemacht habe für die ersten Schritte vor dem Kampf. Das Schönen Sieg, das ist ein Schönen Sieg. Er Illeträus nach. Wir haben ihn mit Veröxung von 18ert und einen Schönen Sieg. Wir haben ihn mit Grafik, die Rund der Schönen Sieg. Der Kerl ist mit einem Flüchtling. Wir haben ihn mit Veröxung von 18ert und eine Ausgangsteine. Oh my god, bro.